Das ist mein Block, das ist meine Gemeinde, mein Tal, mein Klosterdal. Und das ist mein Tal, das ist mein Zug. Mit dem bin ich abgefahren, oft. Das ist mein Bahnhof, da bin ich abgefahren in die große Weitewelt. Das ist mein Kraftwerk, da machen wir den Strom für meinen Zug. Das hier ist mein Skilift, da habe ich Skifahren gelernt. Das hier ist mein Wildfach, da haben wir nach Fischen gesucht. Schwierig. Das hier ist mein Fischdeich, da haben wir Fische mitgenommen, Riesenteile. Das hier ist mein Hügel, da haben wir immer Indianer gespielt. Das hier ist mein Brunnen, wenn der Durst mich überfällt. Das hier ist meine Kirche, da bin ich getauft worden. Das ist meine Telefonzelle, von da habe ich meine erste Freundin angerufen, damit die Mama nicht mithören kann. Hallo? Hallo, mein Klosterdal. Das sind die Berge meiner Heimat, hier bin ich aufgewachsen. Mein Klosterdal. Das sind meine Berge, hier komm ich her. Und das ist mein Tal, mein Klosterdal. Das hier ist mein Wappen, Gemeinde Dallas. Das hier sind meine Nachbarn. Das hier ist mein Feuerwehrauto. Das hier ist mein Traktor. Das ist meine Leitung. Hunderttausend Volt, damit nie das Licht ausgeht. Und da unten, das ist die Henzerbauer. Meine Partyhütte, da haben wir gefeiert. Das hier ist mein Kastanienbaum. Einer von vielen. Mit Kastanien. Das hier ist meine Quelle. Unerschöpflich, großartig. Das hier ist mein Campingplatz. Mit Verbindung zur Welt. Das hier ist meine Autobahn. Also eigentlich Schnellstraße. Unsere Verbindungsader. Das hier ist meine Bushaltestelle. Acht Jahre Fahrschüler. Und er kommt nicht. Und kommt nicht. Und kommt nicht. Mein Klosterdal. Das sind die Berge meiner Heimat, hier bin ich aufgewachsen. Mein Klosterdal. Das sind meine Berge, hier komm ich her. Und das ist mein Tal, mein Klosterdal. Das sind die Berge meiner Heimat, hier bin ich aufgewachsen. Mein Klosterdal. Das ist mein Block. Hier komm ich her. Und das ist mein Tal. Und das hier ist mein Pferd. Wir haben uns beim Kickl beworben. Sind noch im Auswahlverfahren. Und das hier sind meine Tennisplätze. Hier zieh ich durch. Das da ist mein Hausberg. Das hier ist mein Elternhaus. Das hier ist mein Hängesessel. Hängematt. Das hier ist meine Uhr. Hab ich geschnitzt. Und das hier ist mein Kuhstall. Die Kühe sind auf der Alp. Sommerpause. Das hier ist mein Hallstock. Das ist von den Schattenwäldlern. Das hier ist meine Seegäser. Musma Tengler. Eine Sense. Auf Hochdeutsch. Und das hier ist meine Heugabla. Das hier ist die Schneeschaufel. Brauchen wir nur bei Schnee. Das hier ist meine Mähmaschine. Für den glatten Schnitt. Das hier ist Mamas Stuber. Das Wohnzimmer meiner Kindheit. Und das ist meine Mama. Zum Wohle. Das ist mein Mann. Und das hier ist meine Schwester. Eine meiner Schwester. Und das sind meine Freunde. Und das ist unser Bier. Voraburger. Im Hotel Sonnblick. Zum Wohle. Aber Ihre. Mein Klosanau. Das sind die Berge meiner Heimat. Hier bin ich aufgewachsen. Mein Klosanau. Das sind meine Berge. Hier komm ich her. Und das ist mein Tal. Mein Klosanau. Das sind die Berge meiner Heimat. Hier bin ich aufgewachsen. Mein Klosanau. Das ist mein Block. Hier komm ich her. Und das ist mein Tal. Mein Klosanau. Der schönste Ort der Welt.